Ja, sind wir wieder mit einem neuen Spiel, Wildcat Gun Machine. Schauen wir mal, dass das so hergibt. Oh Gott, oh Gott. Okay, das spiele ich nicht mehr mal an. Okay, das spiele ich nicht mehr. Okay, das spiele ich nicht mehr. Eiss, checkpoint. Ja. Träcknit. Okay. Das soothe, das soothe. Das soothe, das soothe. Das war schon cool. Hier dürfen wir noch nicht rein. Kein Dash, ob gleich was? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh shit. 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 Ich würde mal da noch aufziehen. Da schnott ich noch drin. Jetzt wird es langsam drum. Da komm ich nicht lang. Da komm ich nicht lang. Da komm ich nicht lang. Das kann mich doch auch nicht leiden. Aber hier ist ja auch nichts mehr. Bis zum nächsten Mal. 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 Juhi Juhi Ich glaube so schlimm ist die Meldung, dass das für dich war. Schatz, ich hatte das. Oh. ok das muss aim und schilder ich habe jetzt auch gar nicht über viele gelegen oder ult hat ja noch nicht mal viel damage gemacht wir müssen hier noch upgrades finden wenn wir zu ihm gehen eigentlich so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020